Die Depoteröffnung bei Trade Republic geht schnell und ist sehr intuitiv. Man wird Schritt für Schritt durch den Prozess geführt und es wird klar erklärt, was zu tun ist. Ich zeige dir in diesem Video, wie die Depoteröffnung bei Trade Republic funktioniert. Also starten wir, let's go! Moin Leute, ich bin's, Tony von Finanzen. Starten wir einfach mit Schritt Nummer 1 und zwar das Nutzerkonto erstellen bei Trade Republic. Um dein Depot bei Trade Republic zu eröffnen, downloade einfach die App oder nutze auch die Browseransicht. Wähle dein Land und klicke schließlich auf Create Account Now in der Browseransicht beziehungsweise registrieren oder einloggen hier in der App. Danach musst du deine Handynummer eingeben und bekommst einen Bestätigungscode per SMS gesendet. Anschließend legst du deinen vierstelligen PIN fest, mit der du auf dein Konto zugreifen kannst und schon ist dein Konto erstellt. Weiter geht's mit Schritt Nummer 2. Hier gibst du deine persönlichen Daten für dein Depot ein. Als allererstes musst du deinen Vor- und Nachnamen eintragen. Natürlich musst du hier alles korrekt angeben, damit du dein Depot auch wirklich eröffnen kannst. Als zweites musst du dein Geburtsdatum eintragen. Und dann als nächsten Schritt den Ort, wo du geboren bist. Wenn du dies fertig hast, geht es dann weiter mit deiner Adresse. Also deine aktuelle Wohnanschrift mit Straße, Ort und so weiter. Dann geht es direkt auch schon weiter mit deiner E-Mail-Adresse. Nutze hier bitte auch eine E-Mail-Adresse, welche aktuell ist und die du auch nutzt und keine, wo du jetzt schon überlegen musst, wie überhaupt das Passwort nochmal war. Dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Schritt. Und zwar musst du hier deine Nationalität eingeben, also deine Staatsangehörigkeit. Dann wird dir noch eine Frage gestellt, wo du denn steuerpflichtig bist. Wenn es in Deutschland ist, dann musst du eigentlich nur die beiden oberen anklicken, also dass du halt in Deutschland steuerpflichtig bist und unten drunter, dass du keine US-Person bist. Weiterhin musst du ein Referenzkonto für alle Auszahlungen angeben. Also dein Konto, welches du im Prinzip bei deiner Bank hast. Denn von dort aus kannst du dann im Prinzip das Geld auf dein Depot oder besser gesagt auf dein Verrechnungskonto überweisen. Es geht aber auch schon mittlerweile über deine Kreditkarte oder Google Pay. Schritt Nummer 3, die Identifizierung. In diesem Abschnitt identifizierst du dich per Videochat. Das ist als allererstes erstmal praktisch, da du nicht extra für das Post-Ident-Verfahren zur Poststelle laufen musst. Für eine erfolgreiche Identifizierung brauchst du etwas, nämlich genau diese Dinge. Als allererstes brauchst du auf alle Fälle erst einmal ein Handy mit einer aktiven Kamera, die jetzt nicht ganz so schlecht sein sollte. Dann natürlich eine gute Internetverbindung, damit nicht mittendrin der Kontakt abbricht und im Prinzip so wie ein Ausweisdokument. Das kann jetzt sein dein Perso oder auch ein Reisepass. Da es immer mehr Menschen werden, die ein Depot bei Trade Republic eröffnen wollen, kann es zu Wartezeiten kommen, bevor die Identifizierung startet. Also suche dir am besten nicht unbedingt einen Sonntag aus, wo so viele Menschen Zeit haben. Also von daher versuch es lieber unter der Woche zu machen. Wenn es dann geklappt hat, siehst du dann am anderen Ende jemanden, der dich durch die Identifizierung begleitet. Dann werden ein paar Fragen von einem Mitarbeiter gestellt, wie ihr heißt, woher ihr kommt, also der Wohnsitz und das Geburtsdatum. Es kann dann noch eine Frage kommen, warum ihr Trade Republic nutzen möchtet. Hier kann man einfach sagen, im Prinzip für eine Depoteröffnung und zum Investieren in Aktien und in ETFs. Dann möchte der Mitarbeiter, dass du deinen Personalausweis oder im Prinzip deinen Reisepass in die Kamera hältst und den Ausweis paar Mal hin und her kippst, einfach nur zur Überprüfung. Wichtig ist eventuell noch, dass du genügend Licht im Zimmer hast, damit der Mitarbeiter auch alles gut genug sehen kann. Wenn dann alles geklappt hat, wird dies beendet und dann zur Überprüfung gegeben. Mich würde einmal interessieren, ob du auch schon ein Trade Republic Depot hast oder irgendein anderes und ob du schon fleißig am Investieren bist. Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare rein. Wenn es dir bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich natürlich erstmal riesig über ein Like freuen. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann kannst du das liebend gerne tun, um mich zu unterstützen. Dann drück doch einfach unten auf den Abo-Button. Ein nacktes Depot hilft dir noch nicht beim Vermögensaufbau. Jetzt geht es darum, ETFs oder Aktien auszusuchen und am besten einen Sparplan anzulegen, weil du dann ganz automatisch investierst. Zum Glück ist das Investieren in einen ETF oder in einen Aktien-Sparplan genauso einfach, wie ein Depot bei Trade Republic zu eröffnen. Dies soll es jetzt erstmal gewesen sein zum Thema, wie ich bei Trade Republic ein Depot eröffnen kann. Wenn du Fragen dazu hast, dann lass es mich gerne in den Kommentaren unten wissen. Wir sehen uns dann einfach am Sonntag wieder. Bis dahin, euer Toni von Finanzen.